Der Blick auf so etwas wie eine App, die sozusagen versucht, möglichst anonymisiert, dann dennoch Daten zu sammeln, um uns am Ende auch alle zu schützen, beziehungsweise zu verstehen, wo jemand ist, der vielleicht infiziert ist, wie stehen Sie dazu? Diese App ist viel geeigneter als eine Liste, die man einem Polizisten gibt, weil man den Polizisten schützen möchte. Es geht also gar nicht darum, unbedingt meine Quarantäne zu überwachen, möglicherweise schon, aber ich lag ja auch auf der Isolierstation. Es geht ja darum, dass ein Polizist vor seinem Einsatz vielleicht wissen sollte, ob jemand Corona infiziert ist. Deshalb finde ich so eine App durchaus viel geeigneter. Ich möchte Ihnen mal sagen, wie ich mich infiziert habe. Ich habe meinen Mann einen Tag getroffen. Das war der 8. März. Es war ein wunderschöner Sonntag und wir sind zusammen spazieren gegangen. Und ich habe ihn weder davor noch danach gesehen und er ist der einzige Corona-Positive, den ich bis jetzt getroffen habe. Und mein Mann wusste nicht, dass er krank ist, sonst hätte er mich nicht getroffen und man sah es ihm nicht an und das Gesundheitsamt wusste das auch nicht. Wenn wir auf diesem Spaziergang, bei dem er mich ansteckte, eine Polizeistreife getroffen hätten und die hätten ihn eben kontrolliert, dann hätte er diese Polizistinnen und Polizisten auch angesteckt. Und keine Liste von einem Gesundheitsamt hätte diese Polizisten davon abgehalten, bei meinem Mann eine Ausweiskontrolle durchzuführen. Deshalb halte ich die Liste für ungeeignet. Und unabhängig davon, dass wir jetzt diese Polizisten damit auf die Schlachtbank führen, indem wir ihnen einfach ein Papierschwert geben, statt eben Schutzkleidung, schmeißen wir meine Bürgerrechte auch gleich noch hinterher und verzichten auf Grundrechte. Deshalb ist doch dann so eine App, das ein viel milderes und viel geeigneteres Mittel, denn selbstverständlich würde ich mich bei dieser App registrieren, denn es ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, dass ich jemanden infiziere. Und ein Corona-Kranker steckt im Durchschnitt drei Menschen an. Es ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Mein Mann macht sich solche Vorwürfe, dass er mich infiziert hat. Und ich würde diese App selbstverständlich nutzen. Aber ich möchte darüber selber entscheiden. Exakt. Das ist der entscheidende Punkt. Linus Neumann ist bei uns. Du hast es vorhin schon gesagt, Psychologe in diesen Zeiten gar nicht so unwichtig. Jetzt auch in dem Zusammenhang, meine ich jetzt. Aber vor allem Computerspezialist. Sehr renommiert. Ich habe das vorhin schon ein bisschen versucht zu erklären. Das ist eine europäische Idee. Sozusagen die Idee, europäischen Datenschutz in Verbindung zu bringen mit diesen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet. Was ist das für eine App, Herr Neumann? Können Sie das mal erklären? Wie funktioniert die? Was ist die Idee dahinter? Und wann wäre die einsatzbereit? Also die Idee solcher Applikationen haben wir eher aus den asiatischen Ländern jetzt im Vorbild gesehen. Wo es im Prinzip darum geht, dem Problem zu begegnen, dass die Menschen ja infektiös sind, bevor sie Symptome zeigen. Also jeder Corona-Patient, wie Sie es gerade auch gesagt haben, hat andere Menschen infiziert. Im Zweifelsfall, bevor der Patient selber wusste, dass er infektiös ist. Und die Hoffnung, die an solche Apps gebunden wird, ist, dass relativ automatisiert beim Beginn der Symptome andere gewarnt werden können, die zu der Person Kontakt hatten, sodass die wissen, ich bin eventuell infiziert. Ich muss jetzt aufhören, andere zu infizieren. Das ist die Hoffnung, die an so eine App gebunden wird. Also ich bemerke Symptome, werde diagnostiziert als Patient und kann dann schnell, ohne lange nachzudenken, meine Kontakte warnen. Das ist der Wunsch, der daran gebunden ist. Ich habe, muss ich ganz klar sagen, nicht die epidemiologische Expertise, ob das tatsächlich am Ende dazu führen kann, massiv der Verbreitung der Krankheit entgegenzuwirken. Es ist ja so, dass bei diesen Risikokontakten doch trotzdem nur wenige Prozent tatsächlich auch infiziert werden. Also der epidemiologische Nutzen einer solchen App, den kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich bin aber als einer, eines der Mitglieder des Chaos Computer Clubs natürlich sehr an Privatsphäre interessiert und würde mich freuen, wenn wir schon zu solchen drastischen Maßnahmen greifen. Und das ist etwas, was wir als Chaos Computer Club zu Zeiten des Friedens garantiert nicht akzeptieren würden, dass wir es dann auch wirklich machen mit einer radikalen Idee von Anonymität, einer radikalen Idee von Datenschutz. Das sind Technologien, an denen wir dann doch jetzt inzwischen seit vielen Jahrzehnten arbeiten, die hier zur Anwendung kommen. Bluetooth ist das Stichwort. Erzählen Sie mal ganz konkret, technisch auch, wie das funktioniert. Also wir beide beispielsweise. Jetzt mein Handy in der Tasche, Sie haben Ihr Handy in der Tasche. Ich bin jetzt mal unterstellt, Corona-positiv, Sie sind es nicht. Wir begegnen uns jetzt. Was passiert dann? Also der wahrscheinlich am genauesten messendste und gleichzeitig am wenigsten Privatsphäre-invasive Vorschlag wäre, dass unsere beiden Handys jeweils kleine Beacons aussenden, also einfach nur in die Welt Codes hinaus senden. Diese Codes ändern sich aber bei den meisten Vorschlägen innerhalb von 30 Minuten und sind für äußere Beobachter zufällig. Was also jetzt passiert ist, Sie und ich, wir sind in einem Raum und unsere Handys senden jeweils diese Codes aus. Und wenn Sie gerade nicht senden, hören Sie, welche Codes Sie empfangen. Ich würde also jetzt aus dieser Sendung nach Hause gehen mit drei bis sechs oder neun Codes auf meinem Handy, weil wir hier ungefähr anderthalb Stunden miteinander verbringen und jeder von uns zwei, dreimal seinen Code ändern würde. Und jetzt, gut, Sie könnte ich ja jetzt gar nicht mehr infizieren. Gott sei Dank, Frau Preiß ist durch. Herzleiß Glückwunsch dazu. Ja, genau. Hier kann eh eigentlich niemandem was passieren, weil wir sehr weit auseinandersitzen, ganz grundsätzlich schon mal. Genau, es wäre also, wahrscheinlich würde mein Handy sowieso nur Ihren Code speichern, Ihren vielleicht schon nicht mehr. Weil ich schon zu weit weg bin. Oder sich, tatsächlich kann anhand der Sendestärke entdeckt werden, wie weit wir grob auseinander sind. Diese Messung ist jetzt nicht enorm genau, aber die ist sehr viel genauer als sowas wie GPS. Ich hätte also jetzt in meinem Handy nachher quasi zwei Tabellen. In der einen steht drin, diese Codes habe ich gesendet. In der anderen steht drin, diese Codes habe ich empfangen. Bekommen, ja. Und jetzt, bis dahin ist alles anonym. Anonym, genau. Und auch nur, und das ist sehr schön, auf den Geräten gespeichert. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen zentralen Server, wie wir ihn in chinesischen Modellen sehen. Es gibt keinen dritten, der da mit drin hängt. Noch nicht. Noch nicht, okay. Noch nicht. Denn jetzt in dieser Situation, wo, ich nehme mal mich als Beispiel, ich werde jetzt diagnostiziert als infizierte Person. Und hege nun den Wunsch, meine Kontakte der letzten Zeit zu alarmieren und sie zu warnen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, wie viel der bisher gesammelten Anonymität gebe ich jetzt preis, um andere zu warnen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze und Modelle. Hier die Privatsphäre, entweder meine oder die meiner Kontakte. Oder, ich fände es natürlich am schönsten, gar keine Privatsphäre zu verletzen. Indem jetzt ich entweder meine eigenen Codes oder aber die, die ich empfangen habe, an der zentralen Stelle mitteile. Und an dieser zentralen Stelle gucken jeweils alle Geräte nach, ist das ein Code, den ich empfangen habe, beziehungsweise ist das ein Code, den ich gesendet habe. Rot-Grün, ja. Für die Privatsphäre hat das... Rot-Grün sagt Walter Kohl, ja, genau. Sie würden im Zweifelsfall die ganze Zeit sehen, ah, okay, ich habe hier keine Codes, die ich empfangen habe, sind als infiziert markiert. Ich habe gerade schon gesagt, das ist am Ende eine Hochrisikotechnologie, in der natürlich mein Handy Kontakte speichert, wen ich wann gesehen habe. Wir geben uns nun Mühe, diese Kontakte pseudonym zu speichern. Zu verschleiern sozusagen, ja. Aber je nachdem, welche Daten noch mit dazugenommen werden, kann natürlich sofort eine Demaskierung dieser anonymen Daten stattfinden. Würde beispielsweise der Ort mit gespeichert oder würde, wie es in Singapur der Fall ist, dieser Code, der gesendet wird, am Ende von zentraler Stelle auf eine Telefonnummer rückführbar sein. Ruckzuck hätten wir... Weiß man sofort, wer das ist. Ruckzuck hätten wir eine Datenbank mit nicht nur Personen drin, sondern auch deren Kontakten. Und es ist möglich, eine solche Applikation auf eine Weise zu bauen, dass eine vollständige Anonymität herrscht. Dass ich nicht weiß, welche Codes welchen Personen gehören und niemand aus meinen Codes wieder meine Person machen kann. Aber es kommt wirklich sehr auf das Detail der Implementierung an, so etwas mit dem viel zitierten deutschen Datenschutz zu bauen. Und da kommt natürlich die entscheidende Frage. Wir sind ja glücklicherweise nicht so weit, dass wir Menschen zwingen könnten oder würden, in diesem Land eine solche App zu nutzen. Das heißt, die Freiwilligkeit ist ja der entscheidende Faktor. Und die Schätzungen sind, dass um überhaupt eine Wirksamkeit zu entfalten, die Durchdringung in der Bevölkerung so bei 60 Prozent liegen müsste. 60 Prozent der Menschen müssten eine solche App nutzen, damit sie einen Effekt haben könnte. Frühe Warnungen, Menschen bringen sich in Isolierung. Und ich denke, damit diese Durchdringung erreicht werden kann, muss natürlich eine vollständige Anonymität, vollständige dezentrale Datenspeicherung und eine absolute Datensparsamkeit garantiert werden, bevor wir überhaupt davon träumen könnten, dass wir in einem liberalen, demokratischen Land 60 Prozent der Bevölkerung dazu bringen, eine solche App auch tatsächlich anzuwenden. Aber das würde gehen, wie wir gerade erfahren haben. Man muss es machen. Genau, man muss es machen. Würden Sie es auch empfehlen, das zu tun? Also den Menschen dann auch das zu nutzen? Weil da geht es ja genauso, wie bei der Frage, über die wir vorhin auch gesprochen haben, sowohl mit Herrn Kretschmann als auch mit Frau Schwesig, es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass ich darauf vertraue, die kann Unfug damit anstellen. Vertrauen ist hier der wichtige Punkt. Ich muss dem nochmal voransetzen. Ich kann selber nicht beurteilen, ob eine solche App tatsächlich hilft, eine Epidemie einzugrenzen. Aber nach allem, was wir wissen, scheint das kein schlechter Weg zu sein. Das könnte ein ganz guter Weg sein. Ich kann technisch dabei helfen und die Empfehlungen abgeben, wie man so etwas schafft, ohne den Rest unserer Privatsphäre, ohne den Rest unseres Rechtsstaats über Bord zu werfen und das Risiko sehr gering zu halten. Es ist ja so, wir haben es auch in der Debatte über solche Apps in den ersten beiden Wochen gesehen. Die Idee ist ja nicht neu. Die fing nur damit an, dass wir die gesamte Bevölkerung tracken und alle Daten irgendwo in einen Topf werfen. Das war die Idee von der Entsparnung aus dem Gesundheitsministerium quasi ursprünglich. In der Not gibt es kein Gebot. Da wird ganz klar schnell gehandelt. Da wird sich Sorgen gemacht. Das ist ja auch klar, die Leute stehen unter Druck und die Frage ist, was tut ihr für uns? Das ist ja klar, das versteht man ja auch. Es ist klar, es wäre natürlich nur schön und da bin ich auch ganz froh, dass es jetzt einige Leute gibt, die da sehr besonnen sich drüber Gedanken machen. Es gibt bisher keine solche App. Es gibt eine Reihe an Konzepten, die für die Privatsphäre mehr oder weniger stark aufgestellt sind. Wir haben schon mal einen riesigen Sprung gemacht von diesen Location-Daten weg hin zu einem pseudonymen Tracking. Wir können den Sprung machen zu einer vollständigen Anonymität und einer sehr, sehr hohen Sicherheit. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir es hier wirklich im Detail mit kleinsten Daten, kleinsten Bits an Daten zu tun haben, die darüber entscheiden, ob das am Ende so zu empfehlen ist oder nicht. Aber dann weiß ich am Ende, ich habe über eine bestimmte Zeit, vielleicht zehn Minuten, mit jemandem zu nah zusammengestanden, der infiziert war, der positiv war. Und dann weiß ich, ich habe selber ein Risiko und kann sozusagen auf andere achten. Das ist die Idee dabei. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Neumann. Tolles europäisches Projekt, finde ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Caroline Preißler für ein sehr persönliches Gespräch und bei Walter Kohl. Genauso natürlich auch wie Manuela Schwesig und Winfried Kretschmann, jetzt die Kollegen von heute plus. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Danke.